Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti Bärmann. Mein Name ist der Mutti Bär. Ich bin der Rob. Und das ist der Rob. Genau. Und wir spielen gegen Zerg Terranau. Und vergesst nicht abonnieren jetzt mal am Anfang. Falls ihr nicht bis zu Ende guckt, abonnieren. Genau. Lieber abonnieren, als zu Ende gucken. Nein. Erst abonnieren und dann könnt ihr weiter gucken. Richtig. So, gegen Zerg Terranau. Abonnieren ist wichtig. Das hilft uns. Das hilft uns ungemein. Das motiviert und... Was sagst du? Wir brauchen kein Geld. Wir wollen nur Leute. Also Videos für Leute, Mann. Wir wollen nur Follower. Das ist ein Follower-Guy. Nein. Ja, das ist natürlich immer Follower-Guy. Nein, sind wir auf jeden Fall. Mit 208 Leuten, ne? Follower-Follower-Guy. Ja, boah, mehr. Immer mehr. Vielleicht haben wir ja dieses Jahr die 500. Das wäre echt ein Träumchen. Genau, die 5000. Das wäre echt ein Träumchen. Also, strengt euch an. Abonniert. Genau. Stellt Fake-Accounts. Guckt unsere Videos. Helft uns. Ja, gucken müsstet ihr nicht mal. Hauptsache abonnieren. Nee. Nee, gucken müsstet ihr auch. Das bringt ja auch nichts, wenn du... Abos hast, die nicht gucken. Ja, das ist halt so. Nee, lieber gucken und abonnieren. Beides gleichzeitig. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, einfach abonnieren. Genau, wir machen jetzt noch ein bisschen mehr Werbung, sonst wird es eine Dauerberbe-Sendung für uns, ne? Genau. Ihr müsst heute abonnieren. Eingeblendet. Ja. Ähm, was soll ich sagen? Und im Übrigen, ähm, du musst mich sagen, ja. Du müsst ihr abonnieren, ja. Genau, ihr müsst abonnieren. Ich glaube, ihr serft euch dann lange in der Zeit, ne? Ja, wie gesagt, wir machen oben drüber dann noch Dauerberbe-Sendung. Ja. Oh, ist jetzt nämlich fast mein Exo verkackt. Das ist nicht gut. Ein Terraner. Ich hasse Terraner. Achso, genau. Wenn ihr noch keinen Account habt bei YouTube, macht einfach einen. Nur, um bei uns zu abonnieren. Weil ihr guckt, es gibt ja Leute, die gucken einfach unsere Videos, die haben irgendwie kein... Account, ja. Ist halt so. Ja. Verstehe ich nicht. Damit unterstützt ihr uns. Ja, mit den Kunden unterstützt sind sie uns ja auch. Wenn wir Werbung schalten würden, was wir nicht machen, weil wir es nicht dürfen. Wenn wir zu klein sind, wir sind zu klein für Werbung. Das gründet sich halt auch noch nicht. Ach, quatsch. Das gründet sich nicht. Jetzt kommt so langsam mal wieder alles durch, was ich als du gemacht hab, wo ich noch, äh, 100-Tage-Challenge gemacht hab. Du hast mal eine 100-Tage-Challenge gemacht? Was ist denn da passiert? Ja, ich hab mal eine 100-Tage-Challenge gemacht. Oh, die hast du doch, glaub ich, nicht fertig gemacht, ne? Nein, die hab ich nicht bestanden, die Challenge. Ja, Challenge fehlt. Ich bin 75 gekommen. Challenge fehlt. 75% nur noch. Also wie immer. Reicht auch. 75% sind besser als 0%. Ja, reicht, ist bestanden, ne? Genau. Ist es vielleicht noch eine 2? Ja, das ist doch noch eine 2. 75% können noch eine 2 sein. Oh, Weeprohlen. Ich hab nichts. Das ist gut, dass er bei mir einfach vorbeifährt. Ja, ist schön. Ich hab mich auch noch nichts. Aber, jetzt hab ich was. Er hätt bei mir jetzt echt viel töten können, ne? Ich hab noch keine Queen. Und ich hab... Ja! Kill! Kill, doch, verdammt! Ach. Du hast eigentlich eine Queen. Ich bin safe. Hat er denn nur gescoutet? Ich hab mich Gas. Wir brauchen mehr Overlords. Wo's? Wir wissen aber wieder gar nichts von dem Gegner, ne? Doch. Ne, ob was kommt. Ne, das ist alles normal. Normal, Makro Game House. Und, äh, ne, doch nicht. Ne, ich hab gecrono boostet. Achso, habt ihr eigentlich schon abonniert. Genau. Crono boostet den Abo. Crono boostet den Abo. Oh, ich geh scouten. Das ist schön. Die Echsen. Oh, oh, oh. Oh, oh, scheiße. Ich hab wieder Klon vergessen. Oh, ich dachte, es kommt hier. Ne, ne, nichts. Ne, ist es. Orakel. Orakel, ja. Aber es kann ja nicht sein. Ne, ist unmöglich. Hat er dich jetzt auch gestorben, wenn der Gegner jetzt ein Orakel gebracht hätte? Da kommt ne Armee, ja. Das ist schlecht. Ich hab drei Roaches. Und bin Supply Block, hahaha. Es ist vorbei, GG, ne? Ja, das sind zu tausend Dinger, da hab ich keine Chance. Es wird nur zu spät sein. Ja, das ist aber auch ein All-In von denen. Was ist denn Dinger? Nur meine Arbeiter. So, ich habe keine Arbeiter mehr, ne? Hast du Geld? Ne, ich brech die dritte ab, oder? Ja, brech die dritte ab. Oder hast du Geld? Dann nehm ich Geld. Ne, ne, ein bisschen Geld kann ich dir geben. Kannst du es halten? Naja. Ich mach mir jetzt die Ram grad dicht. Oh, warte, ich kann dir gleich Geld geben. Es ist immer eh hinten dran, ne? Quatsch, der, der, der bis schon, hat auch verloren. Ja, aber ich hab Echo verloren. Bau hier Echo nach. Wenn du Gas übrig hast, nehmen wir ein bisschen Gas. Das kann ich grad nicht meinen. Ich hab kein Gas. So Minerals sind alle, ne? Was hast du Minerals? Wenn du noch was hast, wenn du es übrig hast, ich nehm. Ja, ich geb's dir. Hier. Feuer frei. Das war jetzt zu viel. Jetzt hab ich gar keine Larven. Na, dann gehst du wieder zurück. Warte, dann geb ich dir 100 Euro zurück. Und das krieg ich alle. Gut. Du willst hier jetzt ein paar Troppen. Bei dir steht da irgendwas? Irgendwo. Na, den hol ich mir. So, ich brauch jetzt Gas. Wie gesagt, ich fang jetzt wieder an mit Gas meinen. Dann brauchst du mir erstmal gegen Gas geben. Wir brauchen mehr Verspungers. Wie gesagt, der Tag hat sich damit aber auch committed, ne? Wie gesagt, der Tag hat sich damit aber auch committed, ne? Wir brauchen mehr Verspungers. Ja, aber die haben halt keinen, die haben nebenbei gemeint. Wir kommen so. Wir nicht. Wir brauchen mehr Verspungers. Also ich halt nur meine Ramp, ne? Ich bleib nur stehen in meiner Ramp. Wenn ich es halte. Ja, ich komm. Da ist mein Kolosse noch gleich fertig. Oh, schon mit ner Drop. Ja, den Drop musst du killen. Die Linke mach ich gleich kaputt. Ja, das ist keine Chance. Du hast mir Tank dabei. Ja, warte, ich komme. Ich muss die Linke aber erst killen. Mach es. Ich hab alle Arbeiter gesaved. Ah, jetzt. Ja, die räumen mir alles ab, ey. Da haben die immer noch was, ne? Die sind gute. Nicht gut. Ach, Geld ausgeben muss ich. So, ich geh jetzt angreifen. Mach das. Ich kann nichts machen. Den Plummen gebaut. Shit. Ich hab keine Minerals geben mehr, aber 5.000, wenn du brauchst. Dann brauch ich erstmal nicht. Also nicht 5.000, aber. Komm einfach mit, wenn du was hast. Ich schick also noch ja. Ich hab nicht viel. Da kommen noch mal ein paar Linke. Oh, man. Ich geh mal auf den Sack. Ja, das ist mein Ego gleich weg. Oh. Kurz hier sammeln. Ziemlich viele Marines. Wir brauchen mehr Wespinger. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Das ist gut. Was das macht. Ja, ist zu viel was da kommt. Schaffst du nicht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Da hab ich zu viel verloren. Alles vorbei. Hm. Wenn sie jetzt rüberkommen, nicht. Langsam mal. Hab ich überhaupt ein Dings gebaut? Hab ich vielleicht gebaut? Einen Twilight Council. Scheiße. Das hat mir jetzt gefehlt. Ja. Erzeug hat doch die. Shit. Was ist das? Was macht Shit? Ist egal. Vergiss es einfach. Vorbei. Habt ihr es noch abonniert? Das Spiel ist vorbei. Quatsch. Ich muss alles wieder aufbauen. Ich brauche noch einen Pool. Dann kann ich nichts anderes bauen. Wir haben bestimmt schon 5.000 Echsen. Ich glaube ich nicht. Der Zeck hat nicht viel. Wird gescannt. Kommen sie gleich zu dir. Kommen sie gleich zu dir. Sind sie schon. Ja. Das wird zu viel. Das wird zu viel geworden. Ey. Jedes Mal wurde alles weg. Bei mir. Der Spint. Gerade ist es aufgebaut. Ah ist vorbei. Kann mich hier nicht auf 50.000 Schwer aufbauen. Ich habe doch schon eine Gold-Echse. Ja. Ist ja. Kein Stress. Ich hab vielleicht noch mal einen Angriff. Ich komm zu nichts. Du kannst gemütlich heißen, das ist gut. Mach einfach weiter, einfach weiter aufbauen. Ja, ich bombe hier aber drauf. Ach, haben wir nicht verloren. Die kommen ja gleich wieder hier lang bestimmt. Hm. Ich bin halt one base. Da kommen sie. Bei dir ne... Ja, na ja, freilich, das ist richtig Asi-Terran. Ist vorbei. So, ich mach jetzt ein Go. Wir räumen sie ab. Gucken wir, dass du den Tropfer verteidigst. Ja, schaff ich nicht, die sind 2-2. Gucken wir zu dir, dann rum wir gleich. Gigi. Der Zerk hat schon Joerker. Na komm mal, rausgehen. Die sind ja eingeklafen. Oh, du willst jetzt noch weiter fighten. Ich will bis zum Schluss fighten, bis ich verloren habe. Ja, das Spiel ist verloren. Dorn erforschen. Das Spiel ist doch schon verloren. Ja, das Spiel ist doch schon verloren. Da sind wir nämlich noch die Glokos. Da sind wir nämlich noch die Glokos. Das ist mein Observer. So. So, und weg die Zerk-Armee. Tanks. Der Spannklasse wird angegriffen. Die sind nicht aufgebaut. Und Storm. Los, komm. Ja. Ich hab jetzt nichts mehr, ne? Mutas. Shit. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ach, die Mutas. Wenn die Mutas nicht gekommen wären. Das, ey. Bei mir haben sich alles abgeräumt. Und die Gung. Was? Nicht in der Schluck. Und die dir aber nicht helfen. Ich hab Cut. Jetzt komm Muten, ne? Ne, so geht's. Ich hol's wieder meine Base. Ist ja klar. Ja, die halten jetzt tiefe. Die enden jetzt auf jeden Fall am Boden. Werden angegriffen. Die Schwammklasse wird angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten. Wir brauchen mehr Overlords. Der Aschra Streitreste wird abgeräumt angegriffen. Ne Gas hast du mir alles. Gas hast du mir alles. Oh, ich kann ja Gas geben. Mehr hab ich nicht. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Ja, die Mutten spielen halt jetzt mit dir, ne? Ja, das ist echt nervig, sowas. Und bei der Terraner kommst nicht rein, weil der ist alles voll. Und bei der Terraner kommst nicht rein, weil der ist alles voll. Ja, der Terraner wills immer wo ich bin. Die wird schon wieder getroppt. Ja, das haben sie im Linken gescoutet. Der Schwammcluster wird angegriffen. Leerer Abschuss. Ach, ich hasse das. Wo ist denn der Typ? Da unten steht er. Da schießt er bei dir hoch, ne? Du bist gleich tot. Das ist auch so ein Gimmick, der ist einfach über. Ja, wir können rausgehen, oder? Ja. Na, der hat 2-2 Marines. Du hast... Kommst nicht mal gegen die an. GG. Einfach nur assig getroppt. Hin und her. Die waren gut. Die waren nicht schlecht, ja. Irgendwie sind die ja zwei, ey. Achja, abonniere nicht vergessen. Nur beide, naja. Der Terraner halt. Ja. Du kannst halt alles mit der anderen machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Genau. Abonniere nicht vergessen. Ciao, ciao. Genau. Einde. Untertitelung des ZDF, 2020